Wie du dieses einfache Barracord-Armband knüpfen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Dieses Armband ist mit etwas breiteren Bändern gemacht und mit einer anderen Verschlusstechnik. Etwas praktischer sind aber diese Verschlüsse, die ich auch jetzt in dem Video verwenden werde. Damit ich in diesem Video nicht so wild herumwackele, habe ich mir ein Brett mit einem Nagel drin vorbereitet und damit kann ich mir mein Armband auch sehr gut fixieren. Als erstes brauche ich ein Stück vom Band, das um die 3 cm länger ist als mein Handgelenk. Dieses Band nehme ich nun doppelt. Ich schmelze die Enden an und klebe sie so zusammen. Diese Schmelzstelle wird aber sehr heiß und du kannst dir mit dieser Schmelztechnik die Finger verbrennen, deswegen empfehle ich dir, dass du es mit einem Superkleber machst. Also auf keinen Fall nachmachen und schon gar nicht, wenn ihr minderjährig seid. Diese Schmelzstelle nehme ich nun in die Mitte und ziehe die Enden durch die Verschlüsse. Von oben durch. Und nun das lange Band durchziehen. Auf der anderen Seite kommt das zweite Teil vom Verschluss drauf. Von oben durch und das lange Band mit dem ersten Verschluss durchziehen. Und um diese Fäden, ich nenne sie Grundfäden, werden wir nun unser Armband knüpfen. Als Arbeitsfaden brauchst du zwei verschiedene Bänder. Eineinhalb Meter pro Band reichen auf alle Fälle aus, das ist mehr als genug. Ich werde aber das Ganze gleich mit dem ganzen Band machen und es vorher nicht abschneiden, so habe ich nicht unnötig einen Rest. Ich klebe also die zwei verschiedenen färmigen Bänder bei einem Ende wieder zusammen. Ich lege nun die zusammengeklebte Seite über die Grundfäden, überkreuze es auf der Unterseite und ziehe das Ganze leicht fest und verstecke die Klebestelle auf der Unterseite. Und damit das Ganze jetzt nicht beim ersten Knoten schon rutscht, fixiere ich es ans Wein mit einer Nadel. Und nun beginne ich mit dem ersten Knoten. Mit dem rechten Arbeitsfaden machst du eine Schlaufe, legst ihn unter die Grundschnüre und über den blauen Arbeitsfaden. Den blauen Arbeitsfaden gibst du nun über die Grundschnüre, von oben durch die Schlaufe vom grauen Faden. Von oben nach unten. Das ist der erste Knoten und den ziehst du nun fest. Ich kann die Nadel nun herausnehmen. Und wir machen unseren zweiten Knoten. Beim zweiten Knoten beginnst du wieder von rechts. Du machst eine Schlaufe, du legst aber den Arbeitsfaden nun über die Grundschnüre und vor den grauen Arbeitsfaden. Den linken Arbeitsfaden gibst du nun über den blauen und danach unter die Grundschnüre durch. Und ziehst ihn von unten nach oben durch die Schlaufe. Auch der zweite Knoten ist nun fertig und kann festgezogen werden. Und jetzt beginnen wir wieder von vorne mit dem ersten Knoten. Also rechter Faden unter die Grundschnüre und über den linken Faden. Und den linken über die Grundschnüre von oben nach unten durch die Schlaufe. Festziehen und nun kommt der zweite Knoten ran. Den rechten Faden über die Grundschnüre vor den grauen Faden. Und den linken über den blauen drüber. Unter die Grundschnüre durch und von unten nach oben durch die Schlaufe ziehen. Ich zeige jetzt noch einmal. Der erste Knoten unter die Grundschnüre durch, über den blauen. Und der blaue geht über die Grundschnüre von oben nach unten durch die Schlaufe. Der zweite Knoten. Den rechten Faden über die Grundschnüre vor den Faden. Und den linken über den blauen drüber. Unter die Grundschnüre durch und von unten nach oben durch die Schlaufe ziehen. Und das Ganze machst du so lang, bis gar kein Platz mehr für den Knoten ist. Und zum Schluss schneide ich noch die Enden ab. Klebe die kurzen Enden auf die Unterseite. Und fertig ist dein Paracord am Band. Ich hoffe die Anleitung hat dir gefallen. Und ich wünsche dir einen knüpffreudigen Tag. Bis zum nächsten Mal. Am Band.